Also, Bären aufspüren. Oh Gott. Du hilfst mir dabei, oder? Schnucki? Es gibt zwar immer noch irgendwie ein bisschen Schiss, aber... So, also. Aber eigentlich ist doch auch... Da in Fragezeichen. Gehen wir doch mal da hin. Was ist denn das hier? Ne, er will, dass ich da hingehe. Okay. Ihr seid ja lustig. Ich muss mich da im Berg runterstürzen, oder was? Ah. Was hat er gesagt? Honig. Ah. Ich verstehe. Allmählich macht das Spiel auch Sinn, wenn man weiß, was man zu tun hat. Ich sehe meine entzündeten Augen da. Was machst du denn immer? Werden die sich irgendwo noch umbringen? Wo ist denn jetzt die scheiß Spur? Geht da lang. Das sind Schweine. Geht da lang. Der war hier am Wasser. Kann ich immer noch so ein bisschen Schilf mitnehmen. Ist auf jeden Fall gerade voll die Farmroute. Der scheint da hinten zu sein, da ist auf jeden Fall viel Blut oder sowas. Hmm. Dann hat der Bär hier... Ist er da übers Wasser geschwommen? Das ist gerade Fröttchen. Ja. 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 Ja.